Hey meine lieben Bücherwürmer, ja, ich habe ein kurzes knappes Infovideo für euch, denn nächste Woche vom 15. bis 21. Ich glaube, das war 21. Ich muss noch einmal kurz laufen. Ähm, ja, ja. Und zwar vom Montag bis Sonntag ist wieder ein Lieben Tag gelesen. Die Facebook-Gruppe dazu verlinkt, ihr Name und mir in der Infobox. Und zwar geht es um Wetter-Spezial-Niveau-Thing. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Facebook-Seite hier einmal unten in der Infobox. Da habe ich auch mein Bild hochgeladen, welche Bücher bei mir zu aufwalt stehen. Ähm, und zwar ist das ja Wetter-Spezial. Und heißt, ihr sucht euch drei Bücher raus. Drei. Drei Bücher raus, die mehr als 550 Seiten haben. Postet dann das Foto oder ihr schreibt es einfach in Textform in diese Facebook-Gruppe. Und dann wird gevotet. Und das, was die meisten stimmen hat, wird halt gelesen in diesem Sieben Tag gelesen. Und dann Satz 2 und Satz 3. Ähm, ich habe auf jeden Fall gesagt, ja, 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 ich mache auf jeden Fall mit bei diesem Sieben Tag gelesen. Denn ich habe ja immer noch Urlaub ganz. Und dementsprechend kann ich wahrscheinlich schon vier lesen. Problem war aber mir einfach wirklich, da ich meinen Lesemonat ja hatte, jetzt im Mai, den habe ich auch gerade abgegelesen, da habe ich meine ganze Seite eigentlich gelesen. Ich habe so viele Seiten mit über 550 Seiten gelesen, dass ich jetzt wirklich nur noch drei hatte. Ich hatte wirklich nur noch vier Stück in meinem Such mit über 550 Seiten. Ähm, ich habe mir dann drei daraus gesucht. Und zwar habe ich mir von Marcus Zusatz mit Fliecherbibeln rausgesucht. Dann habe ich mir von F2 Stevens äh, Formless rausgesucht. Und Britten... Bin ich. Ja, den Britten High Conversion von Kate Bromwell. Die haben alle über 550 Seiten. Und ihr könnt natürlich auch hier in den Kommentaren jetzt fragen, welches Buch ihr votet. Ich schreibe es auf uns auch noch mal in den Infobox, weil ich euch den Buch ja jetzt gleich gut gehalten habe. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Äh, ich habe richtig, richtig Lust und ja. Das war mein Infovideo. Nächste Woche wird's hier unten. Wir Ąacyj sind. Wir nehmen unsere74 시간. Wir crackers wissen, bitte! Wir sehen uns heute maybe.